So, wir machen weiter mit Big Ambitions. Ja, ich will ja gerne eins auf Donuts und Pommes machen. Und dazu braucht man diese Industriefritteuse. Die Frage ist jetzt nur die, machen wir das in einem zusammen oder getrennt? Ich werde jetzt mal kaufen. Und dann schauen wir mal, ob wir das so einigermaßen hinbekommen. Ich werde zurück zu meinem Steuerladen. Das wird jetzt die Frage sein. Ansonsten müssten wir auch umziehen. Ich weiß ja, wenn ich will eigentlich, weil der Ort ist ein bisschen schlecht, seine Kreuzung. Aber wir müssen den zweiten Laden aufmachen. Was tatsächlich drin ist, ne? Lass uns mal kurz gucken. Dann wird doch Platz sein hier. Der ist natürlich schon noch Platz, also könnte man noch... Jetzt auf die eine Bock stellen wir da hinter. Da kann man nämlich das Regal da hin stellen. Kaffee dahin, passt das doch dahin? Endlich ganz. Warte auf, dann schreibt man das dahin. Und du kommst hier hin. Aber du kommst dahin, genau. Können wir dann ein Griffchen stellen, theoretisch? Müsste gehen, hm? Ich guck mal was, komm gleich wieder. Hab was mitgebracht für euch. Was schönes, hoffentlich. Und zwar stellen wir die jetzt mal. Na doch, geht. Perfekt. Super. Schaut es einem Regal aus. Wird nur noch eventuell ein Regal, ne? Aber die passt auch super drin. Die Fritteuse würde ich sagen. Das heißt... Moment. Lieferungen brauchen wir mal schnell. Und zwar... Inventar... Da musst du eigentlich auch Pommes liefern können, theoretisch. Grasants brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wo ist denn da hier? Ne, den brauchen wir nicht. Getränkedosen. Papiertüten brauchen wir auch nicht. Burger. Okay, Lieferungen. Pass auf. Äh, genau. Dosen, Dosen, Dosen. Cupcake, Burger. Machen wir hier, ähm... Drei mal Donuts. Drei mal Donuts. Und Pommes. Genau. Und zwar morgen ist... Ne. Am Montag bitte. Dann haben wir genügend... Was geht aus? Tüten? Wir haben doch hier genügend Tüten, oder nicht? Bei... Ja. Haben wir schon. So. Und dann haben wir noch... Äh... Flowerpower. Am Montag, genau. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich nur noch Regale schnell. Äh... Wo bin ich denn so ein Regal hier? Hier könnte es sein. Naja. Das ist ja super, dass er da passt. Das ist ja super, dass er da passt. Da haben wir die Pommes auch noch mit drin. Und Donuts, glaube ich, gibt es nicht so viele. Und zwar... Das ist ja super. Hm... Schau, was wir hier denn, ne? Geht das? Ja. Gut. Dann müssen wir schlafen. Mal schauen wir mal. Ausbildung. Also... Pia. Theo Walter. Der hat jetzt auch 60. Der Einkäufer hat noch 31. Machen wir hier weiter mit... Ausbildung. Der ist noch mit dabei. Der hat jetzt 60. Der hat 52. Der hat 52. Das ist ja mit Vollzeit, ne? Und... Und... Who knows. And... und Grace Morris, Sophie Barnes, Geschenke Plus bitte, Sophie Barnes, genau. Meine Fresse, das ist immer nicht so pepsig wie der Papst hier. Ja, ja, ich weiß, keine Aufgabe, dafür kann ich die nicht dazuteilen, ich will doch gar nicht, dass die am Sonntag arbeitet. Ja, gut, dann macht ihr halt auch Fähigkeiten weiter, das haben wir gewusst. Dann macht ihr halt das weiter. So. Weiter schlafen. Sonntag ist immer ein blöder Tag. Die mal nicht viel. Aber lustiger. So. Die Lieferung ist eingetroffen. Jetzt. Kann ich jemanden zuweisen hier. So. 60, 60, 60, 60, 60. 45, Anwalt. Rolf, Du. Standard. Wer kommt raus? Einmal muss er zur Schulung. Der hier, genau. Der muss raus. So. Gut. Einkäufe. Ja, die turniert aus. Der ist dabei. Noch mal mit rein. So, jetzt haben wir hier 60, 60, 60, 52, 60, 74, aha. Ja, der hier. Travis Howell ist Vollzeit. Wo ist der mit Vollzeit? Das ist ein Nileleiter. Das ist ja schon mal, das haben die hier alles mit drin. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal. So we'll have one soul. Westbrook Perry, Westbrook Perry, können wir den nochmal schulen? Ja, würde ich schon sagen. Ja, würde ich schon sagen. Wird der geschmult? So, jetzt können wir schauen nochmal. So, jetzt haben wir noch den hier, den Räubel. Ja, das ist Grace Morris. Ja, das ist Grace Morris. Ja, das ist Grace Morris. Ja, das macht die Fortbildung. So. Ja, das ist Grace Morris. Okay, dann würde ich sagen. Ähm, essen. So, jetzt müssen wir an die Schlange fahren. Gut. Wir können dem Geschenkler mal noch Wein anbieten. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß ja so nicht mehr, was wer verkauft von denen, das ist auch unterschiedlich. Achso, ich hab jetzt wieder keinen. Eieiei, ich weiß. Katsäsur abgeschlossen. Ja, wir schlafen weiter. So, wir müssen wieder schauen, dass wir, glaube ich, was haben. Wir gehen zurück. Verkaufspreise. Wir machen den Hotdog 4,90. Wir machen den Hotdog 3,50. Das ist besser. Die Donner sind da. Aber da muss ich mich noch um kümmern. Wir brauchen... Mit dem haben wir eigentlich gar nichts. Das muss ja nicht laufen. Wir machen den Hotdog 4,50. Okay. Ist gut. Okay. Ja. Ein bisschen warten, bis die offen haben. So, jetzt aber, oder? Ich hoffe es. Immer noch nicht. Warum ist immer noch keiner fertig von denen, oder? Was? Der hat keine Aufgabe. Ich weiß nicht, warum nicht? Ich weiß nicht, warum wir das? Ich weiß nicht, warum wir das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum wir das hier haben. Habe ich noch ausgewählt? Warte mal. Ach so. Mark Allen. Jetzt. Was soll ich einkaufen? Jetzt Keks. Das ist so ein Spaßvogel, ne? Ah ja, genau, sind die jetzt hier. Sehr gut. Pass auf, du kaufst jetzt erstmal Warehouse 1, die Pizza nicht. Warehouse 1, Warehouse 1, Warehouse 1, Warehouse 1 und, nein. Genau, Burger. Schauen wir mal, ob das reicht. Wenn nicht, dann müssen wir mehr bestellen. Das reicht nicht. Okay, dann machen wir es anders. Dann können wir jetzt hier 1.000 nehmen. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Ich will auch nicht gehen, ne? Nein, natürlich auch nicht, ist klar. Ah, dann haben wir auch noch was. Cupcake-Donuts. Trinkedosen haben wir auch noch. Okay, gut. Dann, Sophie Barnes hat doch nix. Das ist mit dir viel Vollzeit arbeiten, ne? Ist klar. Und du auch. Pass auf, vielleicht machen wir es anders. Und wenn wir dich jetzt hier mal bei dem Rösten einsetzen. Und zwar sitzt du, Sophie Barnes, machen wir hier. Teilzeit, wenn sie arbeiten, ne? Okay, und der andere, Theo Walker, genau, Theo Walker, den machen wir hier hin. Ist der ganz, mit der Vollzeit, was? Halten wir in der Vollzeit haben, ne? Besser als gar nichts, erst mal. Moment, doch, wir könnten hergehen und könnten... Theo Walker, wo ist er denn? Könnten theoretisch... Das Verringern auf 20 Uhr, dann kann der nämlich hier Vollzeit arbeiten, ne? Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist zu Ende schon wieder. Wahnsinn. Ja, wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Big Ambitions. Das habe ich alle erst mal, ne? Genau, und ich hoffe, dass die dann glücklich werden hier. Gut, das steht, das ist auch okay. Sobald der nächste Einkäufer fertig ist, werden wir uns dann die nächste Sache hier krallen. Jet Cargo, genau. Da müssen wir uns nächstes hin. Also, dann sage ich, Daumen anlassen, Abonnie vergessen, ne? Dann verpassen wir keine Folge mehr. Und ich sage, Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.